ich bock das gibt mittlerweile so viele gefangen ist so keine ahnung jeder youtuber auf jeden Fall ein gefangenen Browser so ja das ist echt krasse Zeit Leute wenn ihr wollt dass Emil auch ein gefangenen Browser macht dann macht man hier die 5000 Likes 5000 Likes lol Bruder du weißt was beim YouTube Ranking jetzt nicht so über krass ist aber ok Leute wenn ihr 5000 Likes da ist dann mach ich so ein Video ok versprochen 5000 Likes mach ich euch ein heftiges gefangenen Browser ok let's go ich hab ich kann kaum warten wir müssen jetzt starten das sind überniste Videos ich hab nur kurz reingeschaut Leute ich bin gespannt wie der Browser reagiert im Keller fertig gemacht? im Keller fertig gemacht? im Keller Bruder mach so ein Zimmer Alter jetzt hab ich irgendwie gerade Bock Browser aufzuspielen ich würde es immer eine Runde das soll ich auch sagen wenn man Bock hat dann sollte man reingehen Alter krass auf dem Tablet besten Spielerspieler auf dem Tablet oh mein Gott Alter ich bin da losgekommen oh mein Gott hier schon der Game Sound oh oh ich glaube jetzt kommt gleich das Flackern Bruder und der wird reingezogen Bruder das hat krasser Effekt schonmal ja der wird angeschossen Bruder auch dieser Ton dazu ja wild gemacht auf jeden Fall lol ok Greenscreen ist nicht perfekt was mach ich denn hier? wie bin ich hier reingekommen? aber alter er ist Schauspielermeister was mach ich denn hier? wieso bin ich hier reingekommen? ich hör dich Bruder ich bin im ersten Browser-Sorby oh mein Gott aber wie bin ich hier reingekommen? tja wie ist das passiert John? John ist so erschreckt oooh alter der ist aber krass der hat schon 31.000 gefehlen das ist nicht schlecht was? der muss Aufgaben machen Brun Andy aber wie bin ich denn hier reingekommen? time for trouble das weiß ich nicht er macht es gut ich finde der macht es gut ja der ist kieter am Schauspielern warum schreibt der mich so? alter das fasst dann echt gut überein muss ich sagen Was sind das denn für welche? I bring you the gift of darkness! Nein, du sagst jetzt nicht wirklich was ein Rennen gegen dich machen. Hä, warum es auf einmal gelber hinter kommt? Was hast du gemacht, Bruder? Kampf 1, das Rennen. Ok, klingt wild. Oh nein, wie soll ich das denn gewinnen? Oh bitte, hallo, ich bin nicht schneller, ich will wieder zurück in meine eigene Welt. Oh mein Gott, ich kann es schaffen! Ja, ich hab's geschafft! Nein, stopp gewonnen! Alter, Kampf 2, das Überleben. Ich glaube, ich werde es niemals schaffen, das zu überleben. Ich glaube, Bruder hat es gewonnen. Bitte, ich will wieder meine eigene Welt zurück. Komm, dodge! Nein! Bruder hat es zu viel Leben einfach. Oh mein Gott, ich könnte es schaffen, bitte! Ja, gib Gas! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Oh mein Gott, er gibt den Korks aufhauen! Kork, kork! Kork, kork! Alter, die Musik ist immer sehr laut. Ich muss sagen, nicht schlecht. Alter, ist das laut. Und jetzt? Oh! Was? Der ist von den Himmel gefallen, ne? Der hat uns den dabei gebrochen. Oh, der ist seine Hände gebrochen. Oh Mann! Was war das? Was war das? Was war das? Jetzt ist er wieder in seinem Keller, da wo er Hausaufgaben gemacht hat, oder? Aber ganz kurz, Bruder, ich schätze nicht, warum machst du Hausaufgaben im Keller, Bruder? Alter, ich hoffe mal, dass ich jetzt endlich richtig Browser spielen kann. Richtig! Oh, Alter, was war das? Gib Gas! Gib Gas! Ich kenne ihn sogar! Ich kenne ihn sogar! Ich kenne ihn sogar! Aber die Reaction, die Reaction kanntest du jetzt noch nicht, oder? Nein, kannte ich wirklich nicht! Okay! Aber er hat's wild gemacht, finde ich! Ja! Oh oh! Oh, mit Outro! Oh mein Gott! Nein! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonnierst ihr gestern! Checkt ihr gerne ab, lasst gerne einen Like da! Link in der Beschreibung, Leute! Ich baue!